Vorschlag. Da hat sich gedacht, dass sie drin sind. Der wollte auch schon in den Ausgang hin wahrscheinlich. Ja, freilich. Aber der räumt uns alle zwei weg. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, weil die nichts anderes tun. Und zweitens haben die aufwertete Waffen voll. Ja. Da kannst du hinschießen, wie du willst, weil da... Ja, das sind ja... Da fallen seine Platten drin. Da kriegen sie ein Gamer, so... Wahnsinns Gamer, da hast du ja gar keine Scheiße. Ja. Ja. Darum sag ich, wenn du Battle Royale spielst, da... Ich hab keine Ahnung, den Kill gemacht. Da hast du doch keine Scheiße. Du hörst einmal schnell, zwei so... Luschen weggerissen. Ach, drum... Ich schmerz und schmerz wie ein Irrer, denk mir schon, ja. Nein, aber die tun ja nichts anderes und haben eine voll aufgerüstete Sache. Weißt schon, die hat eine voll aufgewertete Waffennäuse. Ja. Weil die vier, zwei Stunden durchgezogen. Aber es gehört verboten nochmal. Sollten so Gamer gar nicht mit drin sein, wo man, wenn man selber so ein Spiel macht, mit gegen Computer... Weil wenn sie gegen Gamer spielen möchtest, dann sollen die in so ein extra Level rein. Ja, genau. Die Profis und die Kategorie und die Anfänger, weißt. Genau. Und je mehr, dass du Erfahrung hast und so weiter, was für KD haben, weißt. Sollten sie unterkauft. Ja. Weil sie eh ganz... ...wild drauf sind. Töst... Töst... Hört. Hörst du mich? Töst. Ja, ich hör dich. Hörst du mich? Ja, doch, ich hör dich schon, aber ich weiß mal, wie der es nicht anzeigt. Mit dem Namen. Da ist eine Festung wieder, da haben wir aber jetzt keinen Schlüssel. Jetzt holen wir uns erst einmal Waffen. Ja. Da ist ein Waffending. Da ist genau in der Festung drin. Haha. Schmachscheiß. Scheiße ist sie genau drin, oder was? Ja, wir tun wir eh. Ja, das tun wir eh. Da sind auch noch ein Haufen Aufträge in der Nähe. Da werden sie uns schon wieder sauber gepreseln durch. Ey, du. Da ist bestimmt der Sniper. Verhau dich in den Bunker rein, ja. Was ist denn Waffen? Einen Schraubenschlüssel, habe ich. Das passt. Den wirst du ja noch um. Den haue ich noch so um, lasse ich noch. Oh, da sind drei oder vier Erend. Oh. Oh, zwei, drei sind wir Erend. Habe ich ihn geschlagen jetzt? Okay, ich habe mich jetzt angeschossen. So ein Luschnagnol. Weißt du, weil du so feinig bist. Hast du schon eine Waffe? Nein. Weißt du eine? Da liegt eine. Aber nein. Ich bin ja schon hin. Twitcher. Da sind wieder Opis. Da. Alter. 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 Hasl の von Festungswachen erbeutete weißer Lotus-Daten. Ich hab mal mal den Zettel da und zeig nicht. Ja. Du hast da erst meinen Hubschrauber rein, dann zeig er erst. Ah ok. Was schön ausgehen. Ah, befreie eine Festung von feindlichen Kämpfern, hab ich auch schon fertig schon. Geil. Tut 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 tut. So. Tut 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 tut. Wo bin denn jetzt, wie der da ist? Brauch ich gerade noch die eine, weil die anderen Quests hab ich ja schon. Passt. Brauch ich gerade noch die weißer Lotus-Daten. Aber die Festung haben wir jetzt wenigstens schon frei gemacht. Ja, die weißen Lotus-Daten ist ja so ein Zettel. Ja, den hab ich schon gehabt. Ja, den musst du aber nur, den kriegst du nur, wenn du dann in den Hubschrauber bist. Ah ok. Was gehört? Ja, den krieg ich auch gezeigt, wenn man geflüchtet ist quasi. Im Ausgang, ja. Wenn es den Ausgang ist. Ja, aber das hast mir auch du verdorben, oder? Mit den Zetteln. Ja, ich. Haha. Du hast mir in den Schmarrn reingekriegt, wo der Schafschütze da auf dem Dach umgesessen ist, auf dem Blechkontainer. Da hätte ich es ja in der Hälfte gehabt. Ja, genau. Das ist scheiße. Ich hab mich schon runtergekratzt, aber dann weiß ich auch noch nicht mehr. Ich heiße ja. Ich heiße ja. Oh, da sind gleich fünf Gegner ernten, du. Braut man eh, Junge. Ja, du einen. Wo gehen wir jetzt? Du einen oder drei. Ja, das sind drei. Ja, gut. Wenn wir da hinkommen, dann weiß ich, schießt er uns weg. Ja, aber jetzt sind wir wieder auf der Stelle, weil da wieder die Festung ist. Die gleiche Stelle wieder. Das gibt's ja nicht. Da ist kein Festung. Jetzt geh. Doch, das ist die gleiche Stelle, wo wir jetzt da sind. Das ist ein Festung. Das ist ein Festung. Wo gehen wir denn da hin? Da oder her? Da ist keine Festung. Da ist extra Festung. Warte mal, weil ich hab ein super Ding da. Müssen wir außen rumrennen. Da ist gar keiner da. Was? Er ist schon wieder da. Das ist nicht so ein Schleicher. Du hast deine Gummihosen runter. Und wir haben ihn angespielt. Oh, da geht eine Spatze hinten. Da, Objekt zusammenpasst er. Wo geht er? Müssen wir außen rumgehen. Er schon wieder gleich voll auf Achse zum nächsten. Der tut ja überall wieder Spider-Man persönlich, du. Schwingt das Junge. Spider Murphy. Ja. Du hast die gleich wieder als erster zu schießen. Und die musst du dann ausschreiten, du. Deine Hände dann. Da ist was für dich. Ein isolierbar. Passt. Ja. Und schon hat er ein Gebäude gesehen. Da kann ein Wiener. Da kann ein Wiener. Das ist der Wahnsinn, du. Oh, da ist ein Schmiedeifer da. Oh, da sind vier Leute drin. Ach, da sind vier Leutgebäude da. Die sind halt schnell neu. Oh, da sind auch Leute. Da geh rein. Da ist ein mittlerer Rucksack drin. Wo? Da, wo ich bin. Jetzt geh ich nicht. Geh her da. Oh. Oh. Die schießen mich ab. Das ist doch wurscht. Du musst ja vorher rein. Was hab denn ich alles da? Was hast denn du schon wieder alles sein gesackelt? Nichts nicht. So, ich. Wie schwer, dass du dich gehst. Bist du mal um zehn Zeilen erklärt worden. Oh shit. Da sind ja so viele Leute. Da lockt mich eher rein. Ach, du musst ja grad das richtige aussehen. Das richtige Platz. Bist du hier, oder was? Nein. Da sind sie eine Zehntenwahl. Oh shit. Jetzt bin ich hier. Ja, wo bist denn da du? Ach, du. Ich bin ein Häusl. Nichtsoweit. Jetzt geh ich zu dir aussehen. Jetzt mach der dir zu. Von meinen Hosen. Achso. Geh der. Geh der. Steh unter direktem Beschuss. Mach dir zu. Da stehen jetzt zehn Leute draußen. Oh, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Da steht einer. Da einer. Da einer. Ich bin hin. Ich bin hin. Ich sagte mir zu spät. Oh, er lobt mich. Er lobt mich wieder in so eine Kuhl-Dorf. In der Kuhl. Das war jetzt eine schnelle Schlacht. Ja, aber du. Wo bist denn? Wennst du durchs Ding durch? Da ist ja ein Seiteneingang drin gewesen. Ja, ich bin voll in den Haupteingang. Ja. Ja, brutal. Da ist ja klar, dass die die erwischen. Nein, die habe ich eine andere Stelle sauber Versteck gehabt. Ein sauber Versteck gehabt. Die reden mitten in der Parrierie um. Hier ist ein Kreis, wo das ist das? Ich bin von der Seite reinkommen, super, mittlerer Rucksack, alles schon. Und dann noch so einen Haufen der Dinger gehabt. Ich bin nicht Bock jetzt da. Ja. Ihr werft mir Zauberz wegen Handgranaten. Glaubst du das? Ja, ich bin kein Granatenwerfer. Okay. Ja. Hallo? Ja. Gäste? Ja, ich muss mal ein F-Ducker. Ich muss jetzt noch zwei Fahrzeuge vernichten. Ja, tu wie das Ja, ich muss jetzt noch zwei Fahrzeuge vernichten. Ja, tu wie das? Bublip. Aber wenn sie... Stehen mal fünf in dem Kreis, dann meint er, da ist eine Party und dann läuft er da rein. Und möchte mitfeiern. Und dann meint er, wie schießen die zusammen. Töst. Oder? Bitte? Nein, weil du bist da, wenn er fünf Leute in einem Kreis rumstehen, dann meint er, hey, da ist eine Party, da mischt er sich gleich mal drunter. Und da wolle ich wieder zusammenschossen, weil er nicht erwünscht ist auf der Party. Ja, genau. Du brauchst einen Tourbond. Um einen Sackl. Um einen Sackl, ja. So ein grosses Tourbond lädt er gar nicht für den Sackl. Hehehe! 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 Komm in Almazic! Hehehe! Ich hole ihn mehr! Hehehe! 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 Der Olo, der Omin! Er trumko. Er trumknopenspul. Er klöt sein! Nein! Oh, lecker! Oh, lecker, lecker! Ich weiß, wie es immer so genau ist. Oh, ich komme nicht mehr. Alter! Nein, ich kunde schon wieder. Es tut mir. Ey, nehmen wir uns das Lagerhaus vor, oder was? Das ist nur ein Patsch. Wie tut schon das Gleis mehr vor der Lager, du? Ja, wie ein Tiber und alles. Jetzt sind wir wieder an dem Gebäude da. Ja, das Fitze, jetzt lädt er uns gerade noch da her. Das haben sie da am Feiler gemacht, oder? Jetzt sind wir wieder an dem Schmarrnbeckgebäude da, oder? Ja, genau. Sprich mal übers Dach rein. Ich möchte übers Dach rein springen, weil ich die hier auf ist. Jetzt schau ich dir mal, was das Ding da kann. Was für das Ding? Oh, hinter dem Auto. Jetzt hab ich gar angeraten. Jetzt ist ja auch noch ein Umstritt, also ist es... Der Bandit, du! Schau mal nach oben, ey, du! Der Rampen alles weg, das ist der Wahnsinn! Oh, Leck! Hey, gehen wir in das Lagerhaus da, oder was? Sowieso! Oh Leck, wir schicken da! Oh, wir schicken uns schon wieder! Du schon wieder! Oh, da wird's lecker! Da ist halt ein Ding drin, oder? Weil es sind so viel drin, oder? Jetzt... Aus sie! Aus sie! Bist wieder hier, oder? Ja! Hä? Mann, nein! Du bist alle Profis, du! Ich habe ein anderes Interesse! Ich konnte mir... Oh, du Scheiße! ... Oh! Es gibt noch... Es gibt noch Schügel oder? Aber... Ich habe einen Kuli nicht. He! Aaahh! Ach, nein. Sanitäter! Oh, Leck. Ach, Scheiße! Oh, Leck! Ah, ich mache einen Kuli hatte. Oh, Leck! Ja! Ach, ich mache den Kuli nicht. Ich komme jetzt aber zu Hause! Ah, ich habe einen Kuli nicht. Oh, ich habe einen Kuli nicht. Oh, gerade... Ah, du Scheiß! Ah, das ist ein blauer! Da sind Rucksäcke drin! Da ist ein Rucksäcke drin! Da musst du auch machen! Ja, ich werde selten! Das gibt's nicht! Ah, Kohle! Du darfst dich bloß nicht stören lassen! Ah, Scheiße! Ah, Scheiße! Ah, Scheiße! Ah, Scheiße! Ah, Scheiße! Die Groni-Tschädel! Ah, das ist cool! Ah, das ist gut! Oh, das ist gut! Ah! 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 Ja, Wahnsinn. Ah! Ah! Ich kann ihn! Ah! Ah! Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Oh, das mach ich jetzt selbst. Ich hab mir eh einmal angelaufen. Wenn ich zum ersten Mal auf ihr gescheites Auto steuern, dann schaut das auch so aus. Brutale Wahnsinn. Oh, er lädt mich am Ausstieg. Jetzt hätte ich den ganzen Wandschrank gefunden, versteht? Ja. Da werden so super Sachen drin gehen. Oh, nein. Und ich bin da abgesprungen und hab gleich einen geschlagen und zwei kommen zu den Räten her. Wegen dem Waffen, den ich hab noch. Da braucht man nicht mehr hinlaufen. Oder? Ja, legst ihn mir. Da sind doch die Dameisen. Ja, da war auch ein Schränk drin, ohne Ende. Da war noch ein anderer Haus. Und so hab ich sie vorhin auch gehabt. Da war auch ein Rucksack da oder andere. Das ist ja so stark. Nein, aber da gibt es einen extra Eingang, wo es keiner schaut. Stark, der Sack. Ja, ja, ja. Oh, lecker. Ja, wie viel sind da jetzt da drunter? Ich würde ihn schwitzen kämen, glaube ich. G.G.W.P. Nekrasov. Was hast du denn nur für russische Freunde da? Nekrasov. Ja. Der wohnsinn. Ja doch. Come on. Let's go. Wöhem. 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 Hey, jetzt fangen wir mal an die Warnerscheidung an. Brutal. Da haben wir gekriegt einmal. Achtet auf andere Söldner im Gebiet. Können Sie uns gleich zusammenschießen? Ja. Hätte ich einmal erst einmal den Aus... Da ist ein Ding drin. Was haben wir einmal? Einen Ausgang? Einmal haben wir jetzt den Ausgang geschafft, sonst nicht. Ja. Oder zweimal. Scheiße. Einmal. Du bist zehnfach. Was? Du bist schon in einem Orangenhaus drin, oder? Warum schau ich denn? Warum schau ich denn so? Der Läufer, du. Ergattert, oder? Schau da an! Da ist eine Flasche für dich. Eine Uhr. 600 Uhr. Da ist ja gar nichts. Das war auch schnell los. Hey, schau er mich schon wieder auf! Hey, der Wahnsinn. Da ist schon alles ausgeleitet. Hahaha. Hahahaha. 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 Du schießt ihn schon wieder. Ich bin schon wieder hin. Läufer. Wo haben wir den Zehner geschossen? Hahahaha. 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 Ich glaub ich nicht. Hahahaha. Hahahaha. Der Profi du. Hahahaha. Hahahaha. Bist du noch da? Wo bist du denn jetzt hier? Hahahaha. Ja, du sollst jetzt in das Haus kommen, wo du ausgeräumt hast. Halt aus, halt aus. Wenn du tot bist, bist du tot. Wo bist du denn heute schon? Oma, der ist vor der Haustier. Ja, ja, mach du den. Ja, mach ich den, ja. Der gibt jetzt ein paar... Der massiert jetzt das Gesicht auf ihm. Also, die Kacke ist ja schon... Ey, ey, er da wie ein Hörspinner, du. Also, wie bin ich hin? So, wo bist du denn jetzt, du? Ich hab dich! Tschüss, Kumpel. Na, du schützt mir was, eine Waffe. Ich hau da zusammen und ich auch zack, die Waffe. Ja, ich hab... Ja, ich hab Fäuste bloß, ja? Seht du? Ja, genau, du Drock. Was, seht du das? Ja, du hängst am... Ach, du hängst ja von dir auch dran. Du hängst nicht, du. Hängst nicht mal drüber. Hängst nicht mal drüber. Hängst nicht mal drüber. Hängst nicht mal drüber. Der hat keine Haustier. Der muss immer drüber schaukeln. Oh, das ist ja gut, ja. Ein paar drüber. Ja, genau. Der schießt, du. Der schießt, du? Der Markt drüber, ich weiß nicht. Da draußen liegt einer, gell, für eine Waffe. Wir haben eine Chance für eine Waffe. Da, da, da gerade draußen. Ja, da. Da ist einer. Warum triebe ich den nicht? Jetzt ist er hin. Da sind jetzt zwei Waffen draußen. Bist du noch da? Test. Hörst du? Hörst du mich? Ja, ich hör nicht schon. Da draußen, wo du das hängst? Da liegen jetzt zwei Waffen auf der Straße. Oh, da ist noch einer. Oh ja. Wo schießen die überall her? Nein. Was schießen denn die hier? Denken oder was? Da sind zwei Oleg. Cool. Vorsicht, da sind zwei, gell. Einer liegt gleich da unten und ... Hey. Ah, das ist ein Lumia. Das ist ein Lumia. Oh, lecker. Wer ist das? Wer schießt denn da noch? Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Warte, die kommen um mich. Oh, lecker. Hey, wer schießt denn auf mich? Ich weiß nicht, mich hat auch einer umgekossen. Ah, das sind ein ... Okay, jetzt bin ich auch hin. Okay. Eiße, ich komm nicht weg. Wie, ich hab mal an, glaube ich. Jetzt können wir schon wieder ... Jetzt können wir schon wieder ... Bei lauter Waffen austauschen. Ja, ich muss jetzt ... ... nicht aufgeben. Ja, kannst du mal spritzen, ja? Ja, gib mir, du auch eine. Ich sterbe hier. Aufgeben, aufgeben. Oh, Wahnsinn. Noch ein Sanitäter. Ich sterbe hier. Ja, legst dich nieder.